Ja, du Trottel. Meinst du schon wieder mich? Äh, den Gast, den ich grad plattgemacht habe. Hatten Geist? Ja, die heißen, äh, Gasts, Gasts, Ghast, irgendwie so. Ghost? Nee, Gast. Achso, okay, gut. Das ist wirklich so. Ich glaub dir das ist alles gut. Hm, kaputt. Kobalt. 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 nein ihr wäsche ich muss verschwinden oh es leckt hüpfe in die freiheit nicht mehr gelandet ich muss weg ja was trinken nein schnell raus hier was ist hier passiert mir passiert ist jeder ist so ein kleiner wasserfall vor unserem haus beziehungsweise ein wasserblock der da in den kleinen teich rein fließt ok keine ahnung das war bestimmt wieder schnitzel alles was hier ungewöhnlich ist war schnitzel ich weiß aber auch ich hab echt so was gefehlt wenn der online kommt um uns die ganze zeit auch nur zu ärgern macht der tatsächlich auch um irgendwelche sachen dann einfach nur aufzustellen und dann wieder offline zu gehen und sich dann einfach nur zu denken haha werden die beiden das nächste mal zocken nein nicht schon wieder voll man das ging jetzt aber ein bisschen zu schnell wenn man 20 verschiedene ärzte sammelt brauche ich diesen hammer zum abbauen ich hab gute nachrichten was das angeht das hört sich schon mal sehr gut an ich hab zumindest schon mal das passende ärzt dafür hört sich sogar noch besser an das sieht einfach mal so leer aus wir sollten diese baumfarben woanders hin bauen ich will ja für eine unterirdische baumfarben wobei ne eigentlich nicht die steht da eigentlich relativ schön günstig so also so schön da ja aber es macht weiß ich nicht sieht scheiße aus super ja jo kobalt ohr zack schmelz 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 ich hoffe ja kann man das eigentlich nachprüfen warte mal ich bin viel zu hoch kobalt ohr kobalt ohr runter ich hab's dann mal runter erst gold smelting smelting kobalt ohr und sich das reicht auch noch nicht so ganz jetzt crusher gravel gravel will ich aber nicht mitnehmen ja ne weiter dafür hab ich keinen platz mehr pium irgendwas smeltering 2 uranium perfekt das wollte ich wissen wie was für ein uranium uranium erz ja auf jeden fall grünes zeug joa mitnehmen ne okay tadaaa zwei blöcke kobalt passt 3 so jetzt können wir mc hammer bauen wir brauchen allerdings noch ein neues werkzeug beziehungsweise diesen hammerkopf wo ist der hammerkopf ist das der hammerhead pattern ja das sieht gut aus hier nehmen wir mit gut und falscher falscher runter dann da noch runter dann bin ich auf Ebene stein nehmen wir raus das ist auch noch zu hoch stein stein hauen wir mal hier rein boah achso kurz vor müssen wir auch noch rein weißt du steht man hier nichts ahnend steckt gerade so ein kleines Brötchen also so ein Steak auch toll steckt gerade so ein kleines Brötchen so ein Steak und dann steht einfach mitten neben einem ein Skelett und schießt einen ab bin ich gerade ein bisschen unfair die riesige Dinge gehen hier vor darauf war ich nicht vorbereitet ja kobalt kobalt gieß 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 was ok was brauchten wir noch ähm warte ich sehe noch irgendwo welche ich höre sie aber ich sehe sie nicht da alter nein 5 6 7 Zombies hier 2 von den Dingern gibt es jetzt Krieg 2 Large Plate und ein Head schauen wir nochmal nach muss irgendein Spawner in der Masse sein aus Obsidian würde ich glaube ich ganz gerne die Handle machen 0,9 Modifier etwas weniger Haltbarkeit aber das ist glaube ich egal alter war das eine heftige Sache ich mache den Modifier hoch und die halten auch länger die Sachen auch wenn die so erst mal minus 100 haben macht schon Sinn hier sind noch unentdeckte Höhlen das ist gut können wir die sogar noch länger halbbar machen ich muss dann die ganze Zeit eigentlich runter oder oder warte mal können wir aus Holz vielleicht das ganze super machen und ob sie vor jetzt 13 und 11 11 ist langsam schon mal nicht schlecht war doch irgendwo Holz ich bin ich wieder Kokos Kokos sage ich stone billig und halt nur etwas Haltbarkeit drauf das machen wir aber nicht gut da steht sie regenerieren von alleine also könnte ich das Ding im Grunde aus Holz machen oder mache ich die etwas länger haltbar vielleicht was ist das Twilight Forest ok das bekommen wir wahrscheinlich noch nicht hier müssen wir irgendwie anders bauen ok Solarium Endstil Boah hier Solarium Haltbarkeit hier richtig lange Endstil Pulsierendes Eisen Dark warte mal Darkstil was ist das Endst Redstone Alloy Cruelz Damage against äh Damage brauchen wir nicht hier damit können wir sogar schneller bauen das hat sich eigentlich ganz gut an und hat sogar noch Haltbarkeit Elektrical Steel müssten wir dafür nochmal einschmelzen für die Dinger oder nehmen wir das ja was hier ist ein Mossy Stone das heißt hier wird wahrscheinlich irgendwo auch gleich ein Spawner sein oder Wood Wood finde ich eigentlich auch nicht verkehrt es regeneriert von selber das hört sich eigentlich ganz gut an schon wieder voll verdammt ja ja Kaktus Spiky Obsidian ja jetzt warte mir die Spawner extra Spawner extra Spawner Firewood Iron Magnetic das zieht hier an ne ich kann das auch außer Eisen machen ja das zieht hier an ne plus mal Cobalt netherrack 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 das ist die Tool Rod kost das ist die kleine Tough Tool Rod genau Tough Tool Rod brauchen wir bestimmt nicht Tool Rod das ist die kleine hier Tough Tool Rod nehmen wir mit was war das denn eigentlich noch da ist da ist ja jetzt weggelaufen so Cobalt ist drin Cobalt ist drin ein Block könnte knapp werden ach du ahnst es ja nicht nein na was passiert bin hier grad in so einen Monster Spawner gerade rein also schon mit Absicht hab mir aber auch grad zuerst erstmal so ein kleines Feld erst mal frei gebuddelt weil ich mir dachte so komm her schlachtest du die Fiecher erstmal von hier jetzt erstmal weg so langsam und dann geh ich in die Höhle rein und kleben an der Decke überall noch welche okay Spawner Spawner nein ja ich hab das falsche benutzt scheiße nein Creeper Creeper oooh direkt neben mir stand der und ich komm noch nicht raus er hat mich grad total umzingelt okay jetzt haben wir aber weniger Haltbarkeit hmm oder ich mach doch eins aus Stein Stein kritisch hier unten Öl macht Spaß aus was mach ich das das letzte Teilstück das letzte Teilstück ich kanns auch aus Eisen machen ne ich geh glaub ich nochmal ins Nether da machen wir das einmal unvernünftig hier ich hab hier grad eine Kiste gefunden hier und hier ist ein Ender Schwert drinne ich hab hier grad eine Kiste gefunden hier und hier ist ein Ender Schwert drinne ehrlich ja oh nein mein Inventar ist restlos voll ich kann mir nichts mehr mitnehmen hier ist auch ein Sword you want hier ist auch ein Sword you want ist hier auch mit drinne muss das liegen lassen wie viel Damage hat das Ding? äh das er hat 1,6 Attack Speed 0,5 also plus nochmal also nochmal plus 0,5 Attack Speed bei 7 Attack Damage plus 3 Attack Damage also das heißt insgesamt hängt er jetzt auf 10 hm okay der braucht Strom der Schwert der Schwert der Schwert braucht Strom EU? ne diese Inder ne in in wie heißt das nochmal? diese Myi achso ähm Mikro nein My ja weiß ich nicht das ist das Myzeichen nicht Mikro ja My My sowas mit in war das keine Ahnung das Myzeichen? ja nein nicht das My diese Dingsie Einheit davon auch keine Ahnung Mikro Mikro äh Loi My nicht Mikro My ist weniger als Mikro wa? ist egal hier ist eine goldene Arschel nein hab ich nicht schon wieder irgendwo ein Gast was machen die die ganze Zeit nether ward so nether pilze sollte ich einfach Mut nehmen vorsichtshalber bist du im nether? ne bin ich tatsächlich hier nicht bin ja hier unten gerade in den Höhlen unterwegs und hab den Spawner gefunden mit einer Kiste wo geile Sachen auf jeden Fall drin sind aber ich kann nichts mitnehmen wirklich weil mein Inventar einfach komplett voll ist gut jetzt hier noch Schießpulver drin und äh ja dann schmeiß doch so nen Scheiß weg hä? ja dann schmeiß doch so nen Scheiß wie Schießpulver weg nein nein das ist jetzt hier in der Kiste jetzt noch drin ah ok aber sowas brauch ich ja jetzt nicht mitzunehmen also hier ist noch Schießpulver, Eisen, Kupfer und zwei Stückchen Kohle aber das ist so pfff dafür schmeiß ich jetzt nix aus meinem Inventar raus weil ich bin ja nicht alles ziemlich gut equipt nein vor allen Dingen ich hab jetzt so nen Enderschwert man nein ist ja das Schöne halt kommt davon wenn man nicht fluchen möchte Alter ist das Diamant? nein silber verdammt hinter ist noch ein Raum ah ein Raum hinter einem anderen Raum ähm aber jetzt hier grad mit der Fälschen so reicht das? dieser Hammer wie war das bitte mit dem nochmal also kaputt gehen konnte er nicht das weiß ich man konnte den irgendwie reparieren dann genau aber ich mach da noch dass der sich von selber repariert drauf ja das wäre natürlich sogar noch besser das heißt äh dass man den dann zwei Minuten in Ruhe lassen muss bis er sich dann wieder repariert hat oder wie ja vielleicht sogar etwas länger aber der kann da einfach an der Kiste irgendwo rumliegen oder so ich könnte den nicht echt gut gebrauchen also es ist ja den können wir alle gut brauchen ja weil wir brauchen nämlich auch ganz ganz dringend ähm Diamanten massig Diamanten wozu? äh damit wir uns unter anderem auch unseren Nanosuit bald mal bauen können was für ein Hut? den Nanohut? Nanosuit ach Nanosuit ein Aluhut dachte ich gerade kein Aluhut noch greifen uns keine Aliens an noch nicht noch nicht richtig ich hab jetzt das ganze Ding aus Kobalt gebaut nicht die fett ja schick ich hoffe das war nicht falsch ich kann mich erinnern dass man irgendwie die äh anderen Teile aus anderen Sachen bauen sollte aber ach wer weiß das schon frag doch Onkel Google jetzt nicht im Let's Play mittendrin hätte ich mich vorher schlau machen müssen ja aber wir sind natürlich so cool jedes Mal weil egal was wir machen wir bereiten uns einfach nicht vor ja das halt Profis halt ne Server Backup startet startet meinte ich 93% 94% 95% 97% fertig Eieieiei was mach ich hier eigentlich schon wieder so und weiter geht's einmal voll tanken bitte abtrocknen los los bau bau äh da was äh die Fackeln waren irgendwie gerade weg also eigentlich waren sie gar nicht weg also das hat sich jetzt grad ein bisschen komisch angehört ich wusste noch nicht wo sie waren brauchen ja doch eigentlich schon ach kacke sooo ja ist ok ich schmeiß den Zombie Kopf weg aber wollte ich ihn doch so gerne aufheben Mining Speed 4,8 Haltbarkeit 2000 so klingt wahrscheinlich ganz gut und zack zack oh nein ich muss schon irgendwas wegschmeißen jawohl wie viel Haltbarkeit ist denn hier normal eigentlich 1500 immer was 2000 so ähm schmeiß das Botanica Lexikon weg weiß ich nein nein ich weiß das wir haben eine Kiste dafür ne einen Holzzahn schmeiß ich weg so so jetzt nur nochmal Spezialstein da hatten wir glaube ich auch schon mal was gesammelt ich weiß dass wir eine Kiste für solche ganzen Sachen haben ich bin jetzt grad immer noch unten im Dingshof unterwegs äh wir hatten doch schon mal äh hier unseren Mossy Stone gesammelt wo könnte der denn drin liegen ich seh den nämlich grad nicht der ist im Stein mit drin ganz normal ach guck mal hier Lead-Ohr siehste müssen wir gar nicht farmen müssen wir gar nicht farmen ja also natürlich weiter farmen aber Lead-Ohr grad gefunden wo war das? ähm war hier in der Steinkiste drin wo ist der Mossy Mossy Stone wo ist der er ist jetzt einfach den goldenen Apfel hattest du grad gesagt wo die eventuell drin sein könnten oder ich hab's grad nicht so ganz ach hier warte mal ich hab's ja schon was hast du schon mal einen goldenen Apfel gegessen? ja wann jetzt sie spielen ne? ja also nicht dieses Mal aber schon etwas länger her ja ok stand weil äh man kriegt dann irgendwie zusätzliche Energie also ein Energiebalken der wird dann länger erhöht wie auch immer das weiß ich gar nicht mehr und die und so und wo haben wir muss doch doch keine ahnung geht das nicht muss glaube ich noch was nachlesen wo die feier so gut 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 kann man auch noch drauf machen und gucken wie ich hier wieder rauskomme aus der ganzen luki luke das gibt's luki luke können wir noch drauf machen wir noch drauf gemacht ja stimmt ich heiße hier mocha luke und wie komme ich wieder raus ja auch schwindersilber immer silber das müsste das sein mending was wenn den muss so heißt das ja wenn die groß mal auf muss wenn den muss jetzt noch zwölf mal sagen vielleicht hast du noch nicht gehört mending muss baut man das man das baut ah warte ich hab's glaube ich ball of moss mending muss willst du noch mal hören was denn ball of moss ich hab's gerade nicht verstanden was du gesagt hast man of moss hä man of moss ne ball of moss ball 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 also wie die rand oder keine ahnung ball ball wie wie ein ball ja 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 ok okay aber warte mal was mach ich denn jetzt damit wieder haben die das geändert oder ich weiß es einfach nicht mehr wie das funktionierte ich tippe auf 2000 das kann durchaus sein ja Nein, bitte nicht Oh, nein, du mieser kleiner Pisser Na, welcher Creeper hat dir was kaputt gemacht? Was ist passiert? Ja, Creeper natürlich Ja, nicht die komplette Smeltery, aber diese ganzen Tische und so Och, nö Oh, nein, ey Die Toolforge ist zumindest heile geblieben Okay, die lassen sich noch relativ schnell Der Herz hauen Oh, das geht mir so auf den Sack hier mit den Creepern Weißt du, was ich jetzt mache? Nee, warte mal Du machst jetzt erstmal deine Sachen, da ist wieder heile Und ich komm jetzt nach oben Ich mach da nämlich jetzt mal was Das geht mir nicht jetzt langsam, wenn ich auch zu sehr auf den Sack Zaun bauen Mini-Zombie Pfff Richtig, hätte ich jetzt auch ihn gemacht Aber vernünftig bauen, dass das einigermaßen gut aussieht Nicht so ein Doppelzaun auch, bitte Ähm Was wollte ich jetzt machen? Ja, hier Dieser Dreckscreeper, ne? Alter Das hier hinten ist der Milcher Genau Gleich wieder da Yay Wow Chesscreeper Ach was, guck, da kommt schon der Nächste Boah Boah Eile Ich dachte, die schießen von oben die Schweinehunde Das ist ja gerade alles nur wegen der EP Miii Was war das? Gerade ein Fledermoss gerade geknitt Und ich hab dann halt immer so gemacht, so Miii Also ich hab das gerade nachgemacht Okay Bleib stehen Ich krieg die so doch so Ach, dann nicht Warten wir euch Dahinten kill ich jetzt auch noch Nein Man braucht Level dafür Oh mein Gott Okay Und Bücher Nein Das wusste ich nicht Boah, die sind Creeper Wir haben das geändert Ah, die sind echt ne Plage, die Creeper Die Zombies sind gerade genauso Vielen Dank Ich bin schon wie ein zombie unten drin ehrlich jetzt ja das ist nicht richtig ausgeleuchtet offensichtlich merkwürdig um ist ausgang ich habe endlich den ausgang gefunden hast du energie energie sage ich erfahrungspunkte erfahrungspunkte auf level 26 bin ich ok zwei stücke mehr herstellen kommen gleich her ja klar was passiert da gerade okay geht noch meine freundin sagt gerade auch noch so pass auf gleich fällst du runter dann bist du tot ich sag so ja das wäre es jetzt auch noch was passiert mir ich falle gerade genau in dem moment runter konnte mich aber zum glück durch ein wasserfall gerade noch hätten äh ich ne spinne alter komm schon jetzt bin ich schon mal oben ah guck mal was hier mittlerweile fertig ist oder ist es fertig ja die fluoxkristalle sind fertig hat nur 30 folgen gedauert bis sie fertig wurden ja nice Das war's.